Ich habe mir einen Tag Auszeit genommen und bin golfen gewesen im Wall, das ist in Perbelin. Und ich hatte auch das Glück, dass ich gleich Anschluss gefunden hatte auf dem Golfplatz, habe mit einem sehr netten Flight gespielt und dadurch hatte ich einen wirklich ganz interessanten und spannenden Tag und mit viel, naja, so Wow-Effekt. Hat mir gut gefallen. War zumindest eine sehr gute Alternative zum Wandern, für mich. Ich hatte die ersten, zweiten Loch Probleme, reinzukommen, aber dann muss ich sagen, habe ich sensationell gespielt für meine Verhältnisse.